Unser absurdes Fünf-Tage-System. Eine Woche hat sieben Tage. Warum arbeiten wir ausgerechnet fünf davon? Das Ding ist, Arbeit ist auch relativ, weißt du? Meiner Meinung nach, wenn du deine Bestimmung gefunden hast, wenn du Dinge tust mit Überzeugung und du die Dinge liebst, dann willst du das die ganze Zeit tun. Wir sind also tatsächlich so verdammt produktiv geworden, dass wir schon bewusst Müll produzieren. Ich wiederhole, bewusst Müll... Das ist krank. Schwester, während Menschen auf dem anderen Ende des Planeten sterben, weil sie nichts zu essen haben, schmeißen wir jeden Tag Tonnen von Essen einfach weg. Das gemacht, was uns angeblich mehr Freiheit verschaffen sollte. Und stattdessen sollen wir als laut besorgten Wirtschaftsexperten doch nicht weniger, sondern noch mehr arbeiten. They wanna keep you in the Matrix. Idealerweise bis kurz vorm Grab. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Love Vlog Highlights. Ich hoffe, bei euch da draußen ist alles gut. Nur Liebe geht raus vom Love Vlog zu euch nach Hause. Und zwar habt ihr gesehen hier, ich habe mir einen neuen Traumfänger hier an den Start geholt. Hier hingehängt. Gebt mal Feedback in den Kommentaren, wie ihr es feiert. Auf jeden Fall werden wir jetzt in eine Reaction reingehen. Das Video heißt Unser absurdes Fünf-Tage-System. Krass. Also, glaube ich, sehr interessantes Video. Habe ich natürlich auch wieder im Discord gefunden. In unserem einzig wahren Lovecourt. Wenn ihr noch nicht gejoint habt, joint auf jeden Fall. Link dazu unten in der Beschreibung. Ähm, der andere Hinweis, ihr seht hier Liebe im Chat. Könnt auch gerne mal bei Twitch vorbe... Digga, ich habe immer Struggles hier. Könnt auch gerne mal bei Twitch vorbeischauen. Auch natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Und jetzt gehen wir rein ins Video. Let's go. Eine Woche hat sieben Tage. Warum arbeiten wir ausgerechnet fünf davon? Die kurze Version. Der Sonntag gilt bei uns seit Jahrhunderten als Tag Gottes. Da soll man nicht arbeiten, da soll man in die Kirche gehen, beten, Gott verehren. Also schon mal einen Tag weniger Arbeit durch Religion. Ich habe mal davon gehört, ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe. Ich glaube, bei Instagram habe ich das gesehen. Da hat jemand seinen eigenen Tagesablauf quasi kreiert und hat ganz andere Schlafrhythmen eingeführt irgendwie. Drei, vier Stunden Schlaf und dann hat er irgendwie viel mehr Stunden die ganze Woche gehabt, wo er hustlen kann. Also voll wild war das gewesen. Ich weiß nicht mehr genau, wer das war. Ich kriege es auch nicht mehr richtig zusammen. Aber es gibt da schon Konzepte von Leuten, die sich einfach komplett von diesem Konstrukt, was uns quasi so aufgesetzt wird von Anfang an, Montag bis Sonntag, Tag 24 Stunden, nachts acht Stunden schlafen etc. Da kann man komplett ausbrechen und dann kann man eine ganz andere Struktur in sein Leben reinbekommen. Warum ist der... Weil es ja natürlich auch so ist, dass viele Leute ganz anders vielleicht arbeiten könnten, wenn sie wollten, weil sie nicht angewiesen sind, 9 to 5 arbeiten müssen und so. Und dann kannst du da einfach nochmal eine ganz neue Struktur aufstellen. Fühl dich auf jeden Fall. Weil in den 50er Jahren die Arbeiter endlich die Schnauze voll hatten von ihrer brutalen 6-Tage-Woche und die Politik so unter Druck gesetzt haben, Ach krass, in den 50er Jahren hat es erst angefangen mit Samstag frei. Dass man auch den Samstag als freien Tag einführte. Also noch ein freier Tag mehr durch Stress machen, durch Gewerkschaften. Tja und da sind wir... Stress machen wir denn? ...irgendwie seitdem stehen geblieben. Also 5 Tage arbeiten, 2 Tage Pause seit Jahrzehnten. Und dass die Menschen das überhaupt so lange mitmachen. Damit hatte man früher eigentlich gar nicht gerechnet. Man dachte eher, immer mehr Freiheit wäre mit der Zeit selbstverständlich. Vor allem der technische Fortschritt würde dafür sorgen, dass die Menschen immer weniger arbeiten und dafür immer mehr freie Zeit haben würden. Roboter und Programme revolutionieren die Arbeitswelt und die Menschen können sich den angenehmeren Seiten des Lebens widmen. Ich meine, es ist ja schon so, dass die Technik und dieses... gerade auch Internet und so, das alles ein bisschen so freier gemacht hat, sage ich mal in Anführungszeichen. Ich glaube, es gibt mehr Leute denn je, die auch irgendwo in einem anderen Land sitzen, zum Beispiel in Mexiko hier und dann von hier aus für eine Firma in den Staaten oder in Deutschland arbeiten. Da hat man schon so ein bisschen mehr Freiheiten auch. Da sind auch schon so ein bisschen mehr Freiheiten gekommen. Aber ja, stell dir vor, es wäre nur so, dass wir 4 Tage die Woche frei haben und den Rest arbeiten. Und das war keine rosa-rote Luftschloss-Tagträumerei. Schon John Keynes, der britische Jahrhundertökonom, sagte vorher, dass im Jahr 2030 die Leute nur noch 15 Stunden pro Woche arbeiten müssten. 15 Stunden... Das ist krass. ...pro Woche. Das Hauptproblem der Menschen wäre... Das arbeite ich am Tag, bruv. ...bestehen, ihre Zeit sinnvoll zu nutzen. Und John Keynes... Das Ding ist, Arbeit ist so relativ, weißt du. Meiner Meinung nach, wenn du deine Bestimmung gefunden hast, wenn du Dinge tust mit Überzeugung und du die Dinge liebst, dann willst du das die ganze Zeit tun, weißt du. Und dann ist Arbeit auch nicht gleich Arbeit. Aber die Arbeit, von der er da gerade redet, ist halt diese 9 to 5, ich mache einen Job, um Geld zu verdienen und nicht, weil ich den Job liebe. Und zwar kein naiver Mann. Er ist einer der einflussreichsten Wirtschaftsexperten der Geschichte, inhaltlich, ein staubtrockener Ökonom und Mathematiker. Er ist davon ausgegangen, dass der technologische Fortschritt so gewaltig sein würde, dass man später Produkte so schnell und so billig herstellen kann, wie das in seiner Zeit noch unvorstellbar schien. Und ist es nicht genau so gekommen? Zu Keynes Zeigen gab es etwa in der Modebranche Frühjahrs-, Sommer-, Herbst- und Winterkollektionen. Heute bringt allein die Fast-Fashion-Marke Ski-In jeden Tag bis zu 9000 neue Artikel online. Wir produzieren endlose Berge... Ski-Innen-Lehrers-Name, Elektro- Jungs-Innen-Namen, der extra schlecht hergestellt wird. Zahlreiche Geräte sind so gebaut, dass sie just dann kaputt gehen, wenn die Garantie abläuft. Weil irgendwelche BWL-Heinis ihren Chefs mal vorgerechnet haben, dass sie mehr Geld verdienen, wenn ihre Produkte die ganze Zeit kaputt gehen und Leute neue kaufen müssen. Sogar ein Drittel aller Lebensmittel landet heute im Müll. Wir sind also tatsächlich so verdammt produktiv geworden, dass wir schon bewusst Müll produzieren, ich wiederhole, bewusst Müll... Das ist krank. Schwester, während Menschen auf dem anderen Ende des Planeten sterben, weil sie nichts zu essen haben, schmeißen wir jeden Tag Tonnen von Essen einfach weg. Allein um diese ganze Produktionsmaschinerie irgendwie weiter am Laufen zu halten. Und an so einen Irrsinn hat man früher überhaupt nicht gedacht. Dementsprechend sind wir leider auch nicht bei 15 Stunden Arbeit pro Woche rausgekommen, sondern beim völlig absurden Gegenteil gelandet. Die Arbeitgeber fordern ständig noch längere Arbeitszeiten, Ökonomen fordern, dass es Rente erst ab 70 geben soll und als Kirsche obendrauf ist Deutschland Spitzenreiter bei unbezahlten Überstunden. 71% der deutschen Beschäftigten arbeiten länger. Das Ding ist, parallel haben die auch nicht... Also ich glaube, das liegt auch nicht nur daran, weil die ihre Produktion da aufrechterhalten wollen. Parallel haben die auch gecheckt und gemerkt, umso mehr Arbeit wir den Menschen aufdrücken, umso mehr wir die auch kaputt machen, psychisch, weil sie nur den ganzen Tag nur arbeiten müssen und sich mit Arbeit beschäftigen, dann denken die auch nicht so viel nach. Dann sind die auch leichter programmierbar. Weißt du, dann folgen die auch mehr, was wir denen sagen, was die folgen sollen. Wenn mehr Zeit da wäre und wenn Menschen mehr Zeit für sich hätten und anfangen würden, sich mit sich selbst zu beschäftigen, dann würden mehr Menschen auch anfangen, glaube ich, gewisse Dinge zu hinterfragen an der Stelle, wenn ich das so sagen darf. Schöne Grüße gehen raus an alle meine Verschwörungstheoretiker und Querdenker an der Stelle. Ohne dafür Geld zu bekommen. Ja, nice. Das ist also die Belohnung für die unglaublichen Produktivitätssteigerungen der vergangenen 100 Jahre. Nicht weniger, sondern mehr Arbeit. Und wisst ihr, was daran auch das besonders deprimierende ist? Deutschland hat die höchste Roboterdichte in Europa und Platz 4 weltweit. Was bedeutet das? Dass kaum irgendwo sonst auf der Welt so viel Arbeit von Robotern gemacht wird, wie bei uns. Beim Ersetzen von Menschen durch Maschinen gehört Deutschland zur Weltspitze. Das heißt, wir haben genau krass, wir gehören zur Weltspitze. das gemacht, was uns angeblich mehr Freiheit verschaffen sollte und stattdessen sollen wir jetzt laut besorgten Wirtschaftsexperten doch nicht weniger, sondern noch mehr arbeiten. They wanna keep you in the matrix. Idealerweise bis kurz vorm Grab. Was ist da schiefgelaufen? Wir haben vieles automatisiert, aber teils auf so eine bizarre Weise, dass wir sogar in unserer Freizeit arbeiten, ohne es zu merken. Zum Beispiel, indem wir mittlerweile im Supermarkt unsere Einkäufe selbst scannen und uns als unseren eigenen Kassierer quasi selbst bedienen. Wofür die Supermärkte früher Mitarbeiter bezahlten, übernehmen wir heute kostenlos selbst. Und die Eigentümer der Märkte freuen sich, dass sie dadurch am Personal sparen und mehr Geld für sich behalten können. Und hier sind wir so wirklich am Knackpunkt angekommen. Also an dem Skandal, den sich John Keynes vor rund 100 Jahren in diesem Ausmaß vermutlich gar nicht vorstellen konnte. Die völlig neue Verantwortungslosigkeit der heutigen Politik und Wirtschaft. Ja, früher gab es auch Reiche und Superreiche. Aber selbst in den Kapitalismusparadiesen England und USA hat man damals hohe Einkommen hoch besteuert. Bei Großverdienern teils mit über 90%. Da kriegt Christian Lindner vielleicht Schnapparten und von, aber das war eine Sache von nationalem Interesse. Dass sich das Vermögen nicht nur bei den Reichsten ansammelt, sondern dass breite Teile der Gesellschaft gut leben können. Ein gutes Leben. Nicht nur für die Elite, sondern für durchschnittliche Bürger. Da war man stolz drauf. Um die... Jetzt, heutzutage ist es das Gegenteil einfach. Aktuelle Situation... Es wird einem normalen... Also einem Normalverdiener Mittelschicht wird es immer schwerer gemacht, überhaupt angenehm zu leben. So. Allein mit den Preissteigerungen und den Energiepreisen etc. pp. ist es brutal schwer, mittelschichttechnisch überhaupt noch vernünftig zu überleben. Weißt du? ...mal deutlich zu machen. Von dem gesamten Vermögen, das zwischen 2020 und 2021 in Deutschland erwirtschaftet wurde, flossen 81% an das reichste Prozent. Das muss man vielleicht wirklich erstmal sacken lassen. Also das reichste... ...eine Prozent der Bevölkerung. Sagt mittlerweile wirklich fast das gesamte Vermögen des Landes ein. Wenn ihr selbst nicht reich seid, dann lebt ihr in der heutigen Gesellschaft effektiv von Krümeln. Ihr könnt euch nicht leisten, umzuziehen, weil überall die Mieten zu hoch sind. Facts. Könnt eure... Mittelschicht ist neue Unterschicht geworden. ...zukunft nicht langfristig planen, weil eure Jobs nur befristet sind. Euer eingeschränkter Lebensstil ist das gesparte Geld der Reichen. Der Chef der Post zum Beispiel hat früher das 15-fache eines einfachen Briefträgers verdient. Heute verdient der 268... Guck mal, Digga. Boah, das ist heftig. Die Verhältnisse, ne? Ich mal so viel. Natürlich ist Geld da. So viel wie noch nie. Aber es kommt eben immer weniger. Und wie viel muss man dann noch an Steuern abdrücken und so einen Scheiß? Es wird auch Leuten, die zum Beispiel sich selbstständig machen wollen und eine eigene Business-Idee haben und so brutal schwer gemacht, heutzutage überhaupt davon gut leben zu können, weil man schon so wenig Geld quasi schon die Hälfte abdrücken muss, dass es brutal schwer wird. Und das ist halt voll unfair, wenn du guckst, wie das bei großen Unternehmen läuft. Die ganz großen Unternehmen, Amazon, wie sie alle heißen, die zahlen gar keine Steuern, Starbucks, was auch immer. Die haben ihre Unternehmensstruktur so gestaltet, dass sie einen Prozent vielleicht bezahlen, wenn es hochkommt. ... den einfachen Leuten an. Man kann sich das heutzutage ja kaum noch vorstellen, aber es gab tatsächlich mal eine Zeit, die ist nicht mal so lange her, da konnte man auch in Deutschland mit einem Einkommen wirklich eine mehrköpfige Familie durchbringen. Und das muss... Das ist auch das, wo es wieder hingehen sollte, meiner Meinung nach. Es kann nicht sein, dass du... Ja, Digga, das ist ja auch das Traurige. So werden ja auch die Familien auseinandergerissen, weil die Frau heutzutage dazu gezwungen ist, nach der Geburt, nach ein paar Monaten wieder arbeiten zu geben, weil sonst das Familienleben nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Ein Mann kann heutzutage nicht mehr eine mehrköpfige Familie ernähren. Ist einfach so. Wenn du nicht jetzt in den Topverdiener-Rängen mit dabei bist. Nicht mal ein besonders hochgestochener Beruf sein, sondern auch als Busfahrer beispielsweise, konnte man in einem eigenen Haus leben. Sich Urlaube leisten, verlässlich Essen auf den Tisch bringen, das ist heute leider anders. Heute gibt es teils studierte Akademikerpaare mit doppeltem Einkommen, die sich trotzdem nicht mal eine kleine Wohnung irgendwo in der Innenstadt leisten können. True. Hier sind wir bei einem Riesenproblem. In den vergangenen Jahrzehnten wurden Produktivität und Profite in unglaublichem Ausmaß gesteigert. Aber der Erfolg wurde kaum an die Belegschaften weitergereicht. Stattdessen landet der zusätzliche Gewinn bei einigen wenigen und der Lebensstandard der breiten Masse stagniert oder nimmt sogar ab. Ich bin für Fortschritt. Ich bin begeistert von neuen Erfindungen, von technologischen Revolutionen, Quantensprüngen usw. Alles cool. Man sollte da aber auch aufpassen, weil dieser technologische Fortschritt auch Menschlichkeit immer mehr zur Seite schiebt. Da muss man auch ein Auge drauf haben. Und ja, Digga, das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall noch mal anmerken wollte, die ja kurz mal reingeschmissen. Aber insgesamt drehen wir uns doch irgendwo im Kreis. Denn an den eigentlichen Rahmenbedingungen ändert sich leider erschreckend wenig. Und zumindest für mich bedeutet echter Fortschritt, echter gesellschaftlicher Fortschritt, dass wir uns eben nicht nur Gedanken machen, wie wir mit noch weniger Leuten in noch kürzerer Zeit noch mehr Müll aus unseren Fabriken rauskotzen, sondern dass sich am Leben der Menschen tatsächlich etwas nachhaltig verbessert. So, das ist so ein wichtiges Statement. Das ist auch das, was ich so wichtig finde. Dass man wieder das Gefühl bekommt, dass die Politik und die Mächtigen und die Leute, die alles steuern und so, auch ein Interesse daran haben, dass es jedem Einzelnen besser geht. Du kannst da einen technologischen Fortschritt, das ist voll krass, was der das Video noch mal so auf den Schirm bringt. Wir sind in Deutschland mit Robotertechnik so, sind wir anscheinend weltweit mit an erster Stelle so. Aber was Lebensunterhalt und normales, mittelständisches Leben angeht, sind wir unten mit dabei. Wenn wir uns jetzt so europäisch in der westlichen Welt europäisch vergleichen würden. Und das ist eine Sache, die ist einfach nicht geil. Man sollte den Wert mehr wieder darauf legen, dass es den Einzelnen auch gut geht, dass es den Familien gut geht, dass es den Menschen gut geht und den Fortschritt versuchen so zu nutzen, dass es uns allen besser geht und nicht nur denen, die sowieso schon die Massen von Geld reinschüffeln. Und in den letzten Jahren erkenne ich leider zunehmend das komplette Gegenteil. Und zwar noch mehr Arbeit, noch mehr Burnout, Depression, mehr Einsamkeit, mehr Riss in der Gesellschaft und so weiter. Wenn ihr mich fragt, ist die Zeit überfällig, einen weiteren Tag zu befreien. Und Diskussionen um eine Viertagewoche nehmen aktuell endlich Fahrt auf. Für mich geht es dabei nicht um Gott und in erster Linie nicht mal um Arbeitnehmerrechte, sondern um die ganz grundsätzliche Frage, worauf arbeiten wir überhaupt noch hin? Wir erfinden all diese Maschinen, produzieren, kaufen, verkaufen, immer mehr und mehr, übertreffen selbst die kühnsten Erwartungen der größten Köpfe der Geschichte. Und ich frage mich wirklich, wozu das alles noch, wenn am Ende des Tages nicht mal ein kleines bisschen mehr Freiheit dabei für uns herausspringt? Kannst du lange warten, Bro. Da kannst du lange warten, mein Jutster. Die haben doch schon lange nicht mehr das Interesse, dass es uns besser geht. Aber trotzdem starkes Video, muss ich sagen, an der Stelle. Oder Freunde, was sagt dir? Reich anders. Zum ersten Mal haben wir auf ein Video von ihm reagiert. War im Discord drin. Thank you very much für denjenigen, der es im Discord reingehauen hat. Feier Eke auf jeden Fall.